Hallo und willkommen zu einer weiteren Vorlesestunde von mir. Für die heutige Vorlesestunde habe ich mir ein kleines Märchen rausgesucht. Es wurde eigentlich auch mal Zeit, dass wir mal ein Märchen uns zu Gemüte ziehen. Die letzten Vorlesestunden waren ja eher Geschichten, Sagen. Dann machen wir heute einfach mal mit unserem ersten Märchen den Anfang. In diesem Fall habe ich mir jetzt das Märchen Das Feuerzeug von Hans Christian Andersen rausgesucht. Da Hans Christian Andersen ja eigentlich ein dänischer Autor oder Dichter gewesen ist, liegt mir hier jetzt die die Übersetzung von Mathilde Mann vor. Das Feuerzeug. Ein Soldat kam die Landstraße, der hätte daher marschiert. Eins, zwei. Eins, zwei. Er hatte so einen Tannister auf dem Rücken und einen Säbel an der Seite, denn er war im Krieg gewesen. Und nun wollte er nach Hause. Da begegnete ihm eine alte Hexe auf der Landstraße. Sie sah ganz abscheulich aus. Ihre Unterlippe hing bis auf ihre Brust herab. Sie sagte, Guten Abend, Soldat. Was für einen schönen Säbel und was für einen großen Tannister du hast. Du bist ein richtiger Soldat. Jetzt sollst du so viel Geld bekommen, wie du nur haben willst. Vielen Dank, du alte Hexe, sagte der Soldat. Kannst du den großen Baum sehen, sagte die Hexe und zeigte auf den Baum, der neben ihnen stand. Der ist inwendig ganz hohl. Du musst in seinen Gipfel hinaufklettern. Dann wirst du ein Loch sehen, durch das du dich hinablassen und tief in den Baum hineinkommen kannst. Ich will dir einen Strick um den Leib binden, damit ich dich wieder heraufziehen kann, wenn du nur rufst. Was soll ich denn da unten im Baum? fragte der Soldat. Geld holen, sagte die Hexe. Ich will dir nämlich sagen, wenn du auf den Boden des Baumes hinaufkommst. Dann bist du in einem großen Gang. Der ist ganz hell, denn da brennen über hundert Lampen. Dann siehst du drei Türen. Du kannst sie aufmachen, der Schlüssel steckt drin. Wenn du in die erste Kammer gehst, so siehst du mitten auf dem Fußboden eine große Kiste. Obendrauf sitzt ein Hund. Der hat ein paar Augen, so groß wie ein paar Teetassen. Aber daran musst du dich nicht erklären. Ich gebe dir meine blau karierte Schürze mit. Du kannst die auf dem Boden ausbreiten. Dann geh schnell hin und nimm den Hund. Setz ihn auf meine Schürze, mache die Kiste auf und nimm so viele Geldstücke, wie du willst. Sind alle von Kupfer. Doch willst du lieber Silber haben? So musst du ihn nicht in das nächste Zimmer gehen. Da sitzt dein Hund. Der hat ein paar Augen so groß wie Mühlräder. Aber daran musst du dich nicht kehren. Setz ihn auf meine Schürze und nimm von dem Geld. Willst du aber lieber Gold haben? So kannst du auch das bekommen. Und zwar so viel, wie du es zu tragen möglich ist. Wenn du in die dritte Kammer hineingehst. Aber der Hund, der hier auf der Goldkiste sitzt, hat zwei Augen, jedes so groß wie der hunde Turm. Es ist ein wirklicher Hund. Du hast ganz dümme Glauben. Aber daran musst du dich nicht kehren. Setz ihn auf meine Schürze. Dann tut er dir nichts. Und nimm so viel Geld aus der Kiste, wie du willst. Das ist ja gar nicht so übel, sagte der Soldat. Aber was soll ich dir denn geben, alte Hexe? Denn etwas willst du doch auch wohl haben, vermute ich. Nein, sagte die Hexe. Nicht einen einzigen Schilling will ich haben. Du sollst mir nur ein altes Feuerzeug mitbringen, das meine Großmutter vergessen hat, als das letzte Mal da unten war. Na dann, binde mir den Strick um den Leib, sagte der Soldat. Hier ist er, sagte die Hexe. Und hier ist meine blau karierte Schürze? Und dann kroch der Soldat in den Baum hinauf, ließ sich durch das Loch hinunterfallen und stand nun, wie die Hexe gesagt hatte, unten in dem großen Gang, wo die vielen hundert Lampen brannten. Nun machte er die erste Tür auf. Da saß der Hund mit den Augen so groß wie Teetasten und glotzte ihn an. Du bist aber ein netter Gesell, sagte der Soldat und setzte ihn auf die Schürze der Hexe und nahm so viel Kupfermünzen, wie er nur in seine Tasche bergen konnte. Schloss an die Kiste, setzte den Hund wieder hinauf und ging in das andere Zimmer. Potzblitz, da saß der Hund mit den Augen so groß wie Mühlräder. Du sollst mich nicht so scharf ansehen, sagte der Soldat. Du könntest Augenschmerzen davon bekommen. Dann setzte er den Hund auf die Schürze der Hexe, aber als er das viele Silbergeld in der Kiste sah, warf er all das Kupfergeld, das er hatte, weg und füllte die Tasche und seinen Tonnenlächter mit lauter Silber. Dann ging er in die dritte Kammer. Nein, das war ekelhaft. Der Hund, der da drin... Der Hund da drin hatte wirklich zwei Augen so groß wie der runde Turm. Und die liefen im Kopf herum wie Räder. Guten Abend, sagte der Soldat und griff an die Mütze, denn einen solchen Hund hatte er noch nie gesehen. Als er ihn ein wenig genauer betrachtet hatte, dachte er, nun kann es genug sein. Er hob ihn auf den Fußboden herunter und machte die Kiste auf. Großer Gott, was war das für Gold? Dafür konnte er ganz Kopenhagen und die Zuckerferkel der Küchenfrauen, alle Zinsoldaten, Peitschen und Schaukelpferde in der ganzen Welt kaufen. Ja, wahrhaftig, das war Geld. Nun warf der Soldat all das Silbergeld, womit er seine Taschen und den Tonnenlächter gefüllt hatte, weg und nahm stattdessen Gold. Ja, alle Taschen, der Tonnenlächter, die Mütze und die Stiegel wurden gefüllt, sodass er kaum gehen konnte. Nun hatte er Geld. Den Hund setzte er wieder auf die Kiste, schlug die Tür zu und rief dann durch den Baum hinauf, zieh mich jetzt rauf, du alte Hexe. Hast du auch das Feuerzeug? fragte die Hexe. Das ist wahr, sagte der Soldat. Das hatte ich ganz vergessen. Und dann ging er und holte es. Die Hexe zog ihn hinauf und dann stand er wieder auf der Landstraße, die Taschen und Stiefel, die Tonnister und die Mütze voll Geld. Was willst du nun mit dem Feuerzeug? fragte der Soldat. Das geht dich gar nicht an, sagte die Hexe. Nun hast du ja Geld bekommen. Gib mir jetzt nur das Feuerzeug. Unsinn, sagte der Soldat. Willst du mir gleich sagen, was du damit willst? Sonst ziehe ich meinen Säbel und taue dir den Kopf ab. Nein, sagte die Hexe. Dann hieb der Soldat den Kopf ab. Da lag sie. Aber er band all sein Geld in ihre Schürze, nahm es wie ein Bündel auf den Rücken und steckte das Feuerzeug in die Tasche und ging geradewegs nach der Stadt. Es war eine wunderschöne Stadt. Und im allerschönsten Wirtshaus kehrte er ein, ließ sich das allerbeste Zimmer und seine Lieblingsspeisen geben, denn nun war er reich, da er so viel Geld hatte. Der Diener, der seine Stiefel putzen sollte, fand ja freilich, dass es wunderlich alte Stiefel für einen so reichen Herrn wären. Aber er hatte sicher noch keine neuen kaufen können. Am nächsten Tage bekam er ordentliche Stiefel und schöne Kleider. Nun war der Soldat ein vornehmer Herr geworden. Und die Leute erzählten ihm von all der Pracht, die in ihrer Stadt war. Und von ihrem König. Und was für eine reizende Prinzessin seine Tochter sei. Wo kann man die dann zu sehen bekommen? fragte der Soldat. Die kann man gar nicht zu sehen bekommen, sagten alle. Sie wohnt in einem großen Kupferschloss mit vielen Mauern und Türmen ringsherum. Niemand außer dem König darf bei ihr ein- und ausgehen. Denn ihr ist prophezeit, dass er einen ganz gemeinen Soldaten heiraten würde. Und das kann der König nicht leiden. Die möchte ich wohl sehen, dachte der Soldat, aber dazu konnte er ja kein Erlaubnis bekommen. Jetzt lebte er lustig und in Freuden, ging ins Theater, fuhr im Königsgarten und gab den Armen viel Geld. Und das war hübsch von ihm. Er wusste ja aus alten Zeiten, wie schlimm es ist, keinen Schilling zu besitzen. Er war jetzt reich, hatte schöne Kleider und bekam daher viele Freunde, die alle sagten, dass er ein prächtiger Mensch und ein echter Kavalier sei. Und das mochte der Soldat gern hören. Aber da er jeden Tag Geld ausgab und keins wieder einnahm, so hatte er schließlich nur noch zwei Schillinge übrig und musste aus den schönen Zimmern ausziehen, in denen er gewohnt hatte. Und in einer winzigen kleinen kam er ganz unter dem Dach raus, selbst seine Stiefel putzen und sie mit einer Stopfnadel zusammennähen. Und keiner von seinen Freunden kam zu ihm, denn es waren gar zu viele Treppen hinaufzusteigen. Es war ganz dunkler Abend und er konnte nicht einmal ein Licht kaufen. Aber da fiel ihm ein, dass ein kleiner Stummel in dem Feuerzeug lag, das ja aus dem hohlen Baume, in dem ihm die alte Hexe hinuntergeholfen hatte, mitgebracht hatte. Er holte das Feuerzeug und den Lichtstummel heraus, aber in demselben Augenblick, als er Feuer schlug und die Funken aus dem Feuerstein sprühten, sprang die Tür auf und der Hund mit den Augen so groß wie ein paar T-Tasten, den er unten unter dem Baum gesehen hatte, stand vor ihm und sagte, »Was befiehlt, mein Herr?« »Na nun?« sagte der Soldat. »Das ist ein drolliges Feuerzeug. Kann ich denn bekommen, was ich will? Schaff mir etwas Geld.« Ich sagte er zu dem Hund und wupp war der Hund weg. Und wupp war er wieder da und hielt in einem großen Beutel voller Schillinge in seinem Maul. Nun wusste der Soldat, was für ein prächtiges Feuerzeug das war. Schlug er einmal, so kam der Hund, der auf der Kiste mit dem Kupfergeld saß. Schlug er zweimal, so kam der, der das Silbergeld hatte. Und schlug er dreimal, so kam der, der das Gold hatte. Nun zog der Soldat wieder in die schönen Zimmer hinunter und trug wieder schöne Kleider. Und da erkannten ihn gleich alle seine Freunde wieder und sie hielten alle große Stücke von ihm. Da dachte er einmal, es ist doch ganz sonderbar, dass man die Prinzessin nicht sehen kann. Nicht zu sehen bekommen kann. »Sie soll so schön sein«, sagen sie alle. »Aber was kann das nützen, wenn sie immer nur in dem großen Kupferschloss mit den vielen Türmen sitzen muss? Kann ich sie denn gar nicht zu Gesicht bekommen?« Und dann machte er Feuer und wupp war der Hund mit den Augen so groß wie Teetassen wieder da. »Es ist ja freilich, schon mitten in der Nacht«, sagte der Soldat. »Aber ich möchte doch so schrecklich gern die Prinzessin sehen. Nur einen kleinen Augenblick.« Der Hund war gleich zur Tür hinaus und ehe der Soldat sich versah, kam er mit der Prinzessin wieder zurück. Sie saß auf dem Rücken des Hundes und schlief und war so schön, dass jeder sehen konnte, dass es eine wirkliche Prinzessin war. Der Soldat konnte nicht anders, er konnte nicht lassen. Er musste sie küssen, denn er war ein richtiger Soldat. Der Hund lief dann mit der Prinzessin zurück. Aber als es morgen wurde und der König und die Königin beim Tee saßen, sagte die Prinzessin, sie habe über Nacht einen so sonderbaren Traum geträumt von einem Hund und einem Soldaten. Sie habe auf dem Hund geritten und der Soldat habe sie geküsst. »Das ist ja aber eine nette Geschichte«, sagte die Königin. Nun sollte in der nächsten Nacht eine von den alten Hofdamen am Bett der Prinzessin wachen, um zu sehen, ob es ein wirklicher Traum wäre oder was sonst sein möchte. Der Soldat sehnte sich so schrecklich danach, die schöne Prinzessin wiederzusehen. Und so kam denn der Hund in der Nacht, nahm sie und lief, was er laufen konnte. Aber die alte Hofdame zog Wasserstiefel an und lief ebenso schnell hinterher. Als sie nun sah, dass sie in einem großen Haus verschwanden, dachte sie, »Jetzt weiß ich, wo es ist« und machte mit einem Stück Kreide ein großes Kreuz an die Haustür. Dann ging sie nach Hause und legte sich schlafen. Und der Hund kam auch mit der Prinzessin zurück. Aber als sie sah, dass ein Kreuz an die Tür des Hauses gemacht war, in dem der Soldat wohnte, nahm er auch ein Stück Kreide und machte Kreuz an alle Haustür in der ganzen Stadt. Und das war sehr klug von ihm. Denn nun konnte er die Hofdame und die richtige Tür nicht finden, da Kreuze an ihnen allen waren. Früh am Morgen kamen der König und die Königin und die alte Hofdame und alle Offiziere, um zu sehen, wo die Prinzessin gewesen war. »Da ist es«, sagte der König, als er die erste Haustür mit einem Kreuz drauf erblickte. »Nein, da ist es mein Herzensmann«, sagte die Königin, als sie die zweite Tür mit einem Kreuz sah. »Aber da ist eins. Und da noch eins«, sagten sie alle zusammen. Wohin sie sahen, waren Kreuz an den Türen. Da konnten sie dann sehen, dass ihnen alles suchen und nichts helfen würde. Aber die Königin war eine sehr kluge Frau, die mehr konnte als in einer Kutsche fahren. Sie nahm ihre große goldene Schere, schnitt ein großes Stück Seidenzeug in Stücke und nähte dann einen allerliebsten kleinen Beutel. Den füllte sie mit ganz feiner Buchweizengrütze, band ihn der Prinzessin auf den Rücken und als das geschehen war, schnitt sie ein kleines Loch in den Beutel, sodass die Grütze auf dem Weg, auf dem ganzen Wege, den die Prinzessin zurückgelegte, heraussickern konnte. In der Nacht kam nur der Hund wieder, nahm die Prinzessin auf seinen Rücken und lief mit ihr zu dem Soldaten hin, der sie so lieb hatte und so gern ein Prinz gewesen wäre, um sie zur Frau zu bekommen. Der Hund merkte erst gar nicht, wie die Grütze hinaussickerte, von dem Schloss bis zu dem Fenster der Soldaten, wo er mit der Prinzessin an der Mauer in die Höhe lief. Am Morgen sahen dann der König und die Königin, wo ihre Tochter gewesen war, und nahmen sie den Soldaten mit und sie hat sie in das Gefängnis. Da saß er nun. Puh, wie dunkel und langweilig es da war. Und dann sagten sie zu ihm, »Morgen sollst du gehängt werden!« Das war nicht sonderlich erfreulich, und sein Feuerzeug hat er im Wirtshaus auch liegen lassen. Am Morgen konnte er durch das Eisengitter vor dem kleinen Fenster sehen, wie sich die Leute beeilten, aus der Stadt zu kommen und ihn hängen zu sehen. Er hörte das Trommeln und sah die Soldaten marschieren. Alle Menschen liefen hinaus. Darunter war auch ein Schusterjunge mit Schutzfell und Pantoffeln. Der lief so im Galoppt, dass er seine eine Pantoffel abflog und gerade gegen die Mauer, wo der Soldat saß, inzwischen den eigenen Stangen hinaus hindurchguckte. »Heda, du Schusterjunge!« »Du brauchst dich gar nicht zu beeilen,« sagte der Soldat zu ihm. »Es wird doch nichts daraus, ehe ich komme. Aber willst du nicht hinlaufen, wo ich gewohnt habe, und mir mein Feuerzeug holen? Dann sollst du vier Schillinge haben. Aber du musst deine Beine in die Hand nehmen.« Der Schusterjunge wollte gern die vier Schillinge haben und rannte davon, um das Feuerzeug zu holen. Gab es den Soldaten und? Ja. Nun werden wir erhören. Draußen vor der Stadt war ein großer Galgen aufgemauert. Ringsumher standen Soldaten und viele hunderttausende Menschen. Der König und die Königin jassen auf einem wunderschönen Thron, den Richtern und dem ganzen Rade gegenüber. Der Soldat stand schon auf der Leiter, aber als sie den Strick um seinen Hals schlingen wollten, sagte er, dass man einem Sünder, ehe er seine Strafe über Büße, ja immer die Erfüllung eines unschuldigen Wunsches gewähre. Er möchte so gerne eine Pfeife Tabak rauchen. Er sei ja die letzte Pfeife auf dieser Welt. Dazu wollte der König dann auch nicht Nein sagen. Und da nahm der Soldat sein Feuerzeug und schlug Feuer. Eins, zwei, drei. Und da standen alle Hunde. Der mit den Augen so groß wie Teetassen, der mit den Augen wie Mühlräder und der, der auch so groß wie der runde Turm hatte. Helft mir, dass ich nicht gehängt werde, sagte der Soldat. Und da fuhren die Hunde auf die Richter und den ganzen Rad los, nahmen den einen bei den Beinen, den anderen bei der Nase und warfen sie viele Klafter hoch in die Luft, sodass sie niederfielen und in laute Stücke zerschlugen. Ich will nicht, sagte der König. Aber der größte Hund nahm ihn und auch die Königin und warf sie beide hinter allen den anderen dreien. Da erschraken die Soldaten und alle Leute riefen, lieber Soldat, du sollst unser König sein und die schöne Prinzessin haben. Dann setzten sie den Soldaten in die Kutsche des Königs und alle drei Hunde tanzten vor ihm her und riefen Hurra! Und die Knaben pfiffen auf den Fingern und die Soldaten präsentierten das Gewehr. Die Prinzessin kam aus dem Kupferschloss heraus und wurde Königin und das gefiel ihr sehr. Die Hochzeit währte acht Tage und die Hunde saßen mit bei Tisch und machten große Augen. Ich hoffe, euch hat die kleine Vorleselstunde gefallen. Es war mal was anderes, mal ein kleines Märchen. Ihr könnt mir ja gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr das Märchen jetzt schon kanntet oder ob das jetzt vielleicht mal neu für euch gewesen ist. Das ist ja eigentlich schon ein etwas bekannteres Märchen von Hans Christian Andersen. Ihr könnt mir auch generell eure Gedanken zu diesem Märchen oder zu dieser Vorleselstunde allgemein schreiben. Ihr könnt auch sehr gespannt sein, womit es dann in der nächsten Vorleselstunde weitergeht. Vielleicht gibt es da wieder eine Sage, vielleicht auch wieder ein Märchen. Lasst euch überraschen. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch jetzt recht herzlich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Also bis dann. Ciao.